Ja, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und freue mich, dass ich Ihnen die Britannienreisen vorstellen darf. Ich bin da sehr frankophil veranlagt und habe diese Reise jetzt schon dutzende Male gemacht. Und es ist jedes Mal eine große Freude, an diese herrliche Küste zu kommen. Wunderbare Bildlandschaften stellen sich da. Erstmal wollen wir hier einen Blick auf die Karte werfen, wie diese Reise abläuft. Wir fahren mit dem TGV, schnellen Rades, nach Paris. Daher bekommt man noch ein bisschen was von Paris mit. Das ist ja auch immer ein ganz guter Beginn. Unser erstes Quartier wird in Josselin sein. Also hier haben wir drei Quartiere. Aber alles für sich auch wieder ein Highlight. Josselin hier. Wir haben dann unser nächstes Standquartier. Hier sind wir für drei Nächte. Und in Wann für zwei Nächte. Und dann in Nevers haben wir noch eine Übernachtung. Überall, wo sie hier die grünen Punkte sind, werden wir eine Wanderung machen. Aber dazu mehr dann bei den Bildern. Hier ist das Schloss von Josselin. Unser Hotel befindet sich direkt gegenüber vom Schloss. Also sensationell. Also ein wunderschöner Ort. Und dieses große herzögliche Schloss. Und auch eine schöne Altstadt. Das macht Wonne, nach dem Abendessen noch durch den Ort zu gehen. Wir haben ja im Juli-Termin das Glück. Wir erleben dann den französischen Nationalfeiertag. Das war nicht so in Josselin. Vor zwei Jahren ist mir das gelungen. Und das war sehr schön. Also die Bretonen, die lieben ja zu feiern dann. Ich denke, wir werden das dann auch in Fours-Nord sehen. Die Bretonen lieben gern die Geselligkeit. Und das Tanzen vor allen Dingen. Und die tanzen dann so oft diese Ringtänze. Also in Gruppen wird getanzt. Und egal, alt, ob jung, ob ferngereist, ob einheimisch. Da wird einfach mitgetanzt. Wir haben dann so an diesem Nationalfeiertag dann fröhlich mitgefeiert. In Josselin dann ja. Aber wir können also dieses Jahr dann trotzdem Josselin genießen. Familiengeführtes Hotel, sehr gute Küche. Ein Genuss hier ist dieses Hotel Restaurant du Chateau. Gerade auf der gegenüberliegenden Seite. Die erste Wanderung wird in der Cornuay sein. Im Land der Spitzhauben. Das sieht ja wirklich köstlich aus. Und das ist ja eine Art Baumwolle, Spitzen, die also sehr schwierig so zum Stehen zu bekommen ist. Da gibt es alle möglichen Tricks mit Stärke und Mehl und was der Kuckuck. Aber auch die Jugend trägt das mit Stolz. Schwierig ist es natürlich beim Autofahren. Also wenn man heutzutage den Kirchgang macht, also mit dem Auto. Man kann es natürlich aber auch so machen dann ja. Als Fahrradhelm dann ja so verwenden dann ja. Das ist jetzt einer der heiligen Berge, also in der Bretagne. Da wird man nach Truant kommen. Liegt ganz in der Nähe vom Strand. Wenn wir eine herrliche Strandwanderung dann machen. Das ist so der Auftakt der Wanderung dann ja. Das ist so ein umfriedeter Pfadbezirk und das ist so das Highlight. Also der ist also mit am berühmtesten in der ganzen Bretagne. Das Ziel der Wanderung wird dann also diese Leuchtturmanlage sein. Der berühmteste ist hier also der Fahrer Deckmühl, der über 60 Meter hoch ist und zu den Höchsten in Frankreich zählt und architektonisch also sehr gelungen ist. Eckmühl ist ein deutscher Name. Das war also ein Admiral, also der zu napoleonischen Zeiten zu Ruhm gekommen ist. Und so sieht es Innenleben aus. Also das lohnt, also die Treppen hochzusteigen. Allein also von der Architektur innen und dann natürlich also von der Aussicht, wenn man nach der Wanderung dann noch genug Elan hat. Aber ich kann Ihnen versichern, also die Wanderung ist also gemütlich. Unterwegs werden wir eine schöne Vesperpause dann am Strand einlegen. Und das ist jetzt ein Bild von unserem Hotel in Fusner. Das ist also direkt an Kapkos mit einem wunderschönen Strand. Und hier ist gleich das Restaurant. Also im Sommer kann man immer draußen frühstücken und Abendessen. Also kann man auch hier außen dann einnehmen. Also sehr gute Küche, insbesondere das Frühstücksbuffet. Bombastisch. Also ein richtiger Ort, um sich zu erholen. Da könnte man sich gut vorstellen, auch einfach Urlaub zu machen. Also wenn Ihnen danach ist, lassen Sie eine Wanderung aus. und verbringen einen Tag dann am Strand. Aber herzliche Einladung natürlich also bei diesen wunderbaren Wanderungen, also hier dabei zu sein. Dann ja immer wieder so schöne Strandabschnitte natürlich auch dabei. Hier wandern wir dabei in Finistère, also zur Pointe du Rhin. Also das ist so mit einer der westlichsten Punkte. Und da ist also dann, ja sagen, umwoben. Draußen haben wir noch eine Insel. Die sieht man relativ selten, aber wir haben also das Glück gehabt, also trotz so ordentlicher See, also eine gute Sicht hier zu haben. Wir kommen dann auch nach Quimper. Das ist ja so die Hauptstadt, also der Conconay mit der wunderbaren Kathedrale. Und wir werden dort also einen gefüllten Stadtrundgang haben. Also eine Dame aus Camper wird uns also durch die schöne Fayence-Stadt führen. Camper ist also auch sehr bekannt als Fayence-Zentrum. Also das Ton- und Porzellanwaren werden da mit dem Zinnguss überzogen und bei 1000 Grad dann so gebrannt und hervorragende Fayence kommen dann raus. Das ist ja eine persische Kunst gewesen, die zunächst also in Fayence dann gepflegt worden ist. Von daher auch der Name Fayence. Aber in Frankreich gilt also Camper als Zentrum der Fayence. Auch immer wieder schöne Gästchen-Stadt. Bäche dann, also die hier durchfließen. Und wir kommen auch an die Pointe de Pont hier. Das ist im Norden, etwas eher im Norden. Es ist alles nicht weit, also von Fous-Nord. Man kommt ja ganz gut raus. Und das sind so die sogenannten Erbseninseln. Also da gibt es noch viel, viel mehr davon dann. Wenn wir da wandern, können Sie die dann so zählen, wie kleine Erbsen stehen die dann da. Das Bild haben wir ja schon gesehen. Da geht es jetzt also nach Cameray-sur-Mer mit dem Tourer-Vobain und einer wunderschönen kleinen Kirche. Auch hervorragende kleine Gaststätten, Kneipen. Dort werden wir dann die Mittagspause verbringen. Und nachmittags werden wir uns dann noch kulturell beglücken mit Le Cronon. Das ist ein Ort im Zentrum der Bretagne, der noch recht mittelalterlich ist. Da werden sehr viele Mittelalterfilme gedreht. Da gibt es also keine moderne blinkende Werbeschilder. Alles ist authentisch, antik. Also sehr schön anzuschauen. Wir kommen auch nach Cancanon, also ein wunderschöner Küstenort. Auch bekannt durch seine Stadtmauer. Wir werden dort einen Stadtrundgang machen. Dort haben Sie natürlich auch die Gelegenheit, so eine der petronischen Spezialitäten zu kosten. Wenn Sie es bisher nicht gemacht haben in Cancanon, da wird man auch eine Mittagspause machen, da haben Sie dann die Gelegenheit, diesen Cougon Amand zu essen. Das ist also der Butterkuchen. Das ist eine fantastische Spezialität. Und man höre und staune, Sidre. Die Bretonen produzieren auch sehr guten Sidre. Die haben also in Paris schon mehrere Goldmedaillen für ihren Sidre aus der Concoronai, also praktisch errungen. Natürlich auch lecker Würste. Und hier auch nochmal, weil der mir so gut schmeckt, ein Butterkuchen. Und das ist so ein Flan-Breton, also auch eine bretonische Spezialität, mit Pflaumen. Und was in der Bretagne natürlich nicht fehlen darf, sind Galette und Crêpe. Crêpe ist ja so eher die süße Variante. Und man beginnt eigentlich mit der Galette, die man ganz verschieden belegen kann. Also auch eine wunderbare Sache. Bei der Nördtour werden wir dort auch davon testen. Hier haben wir jetzt noch diesen Crêpe. Allein, wenn man das Bild schon sieht, läuft einem schon fast das Wasser im Mund zusammen. So wollte ich sagen. Hier kommen wir nach Wann. Da werden wir ja dann zwei Nächtigungen haben, ganz in der Nähe. Also von dieser schönen Mauer mit der Kathedrale ist unser Quartier. Und sie haben dann Gelegenheit, also runter zu marschieren an den historischen Hafen oder hier durch die Gärten zu promenieren. Sehr schön, auch sehr berühmt, also der Markt in Wann. Und schöne Fachwerkhäuser sind in Wann zu entdecken. Und von hier aus werden wir ja dann einen Ausflug machen zur Halbinsel Quiberon. Wir werden auch nach Karnak kommen, wo diese sagen, wo man denn so Meniere zu sehen sind, also die Steinsäulen dann. Also Amerikaner haben gedacht, das sind deutsche Panzersperren, die sie da aufgestellt haben. Ja, und das sieht doch fantastisch aus. Also mit dieser wilden Küste dann erlieblich, mit den Stränden dann aber hier. Also entlang dieser Küste werden wir wandern und die eine oder andere Stähle dann zu sehen. Ponte Avant wird natürlich einer der Highlights sein. Paul Gauguin hat da ja längst gewirkt und hat da so andere Maler dazu inspiriert, also in diesem Ort zu logieren. Die haben dann also mit Gemälden ihr Zimmer bezahlt, weil sie ja so arm waren. Und es gibt ja jetzt so eine Krimi-Reihe da. Jean-Luc Banalek, der hat ja so um den Kommissar Dupin einige Romane dann so verfasst und wir werden so ein bisschen auf Spuren Gauguin und Dupin wandeln dann. Sommur wird eine Station sein auf unserer Zwischenübernachtung oder Rückreise dann. In Bursch kommen wir vorbei, eine wunderschöne Kathedrale. Wir können also direkt dort an der Kathedrale anhalten und dieses Wunderwerk besichtigen. Ich habe schon ein paar Mal Hochzeiten drin erlebt. Das ist ja so auch was Schönes, so eine französische Hochzeit, also in dieser wunderbaren Kulisse zu sehen. Die letzte Übernachtung wird an der Loire sein, in Nevers. Wir werden auch mitten im Zentrum wohnen. Und von da aus kann man dann zur Kathedrale gehen. Wir haben es jetzt bisher immer erlebt, dass abends dann noch ein Orgelkonzert war in der Kathedrale. Das ist natürlich besonders schön. Erst also dinieren und dann hinterher noch ein Konzert sich anhören zu können. Ja, soweit mal ein paar Impressionen aus der nördlichen und südlichen Bretagne. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Appetit machen. Wenn Sie noch eine Frage haben, dürfen Sie sich natürlich gerne an mich wenden. Ich werde draußen noch zur Verfügung stehen. dann ja. Musik Musik